Hallöchen ihr Lieben, ja und zwar lade ich das Video jetzt hoch, weil ich mich ein bisschen bei euch entschuldigen wollte. Ich wollte gestern ja eigentlich schon ein Livestream gemacht haben, aber den habe ich nicht gemacht. Mir ging es ehrlich gesagt nicht ganz so gut und ja, habe dann auch nicht mehr viel dazu gesagt. Mir geht es heute auch noch nicht so gut. Ja, ich habe die Haare noch ein bisschen nass und die sind noch nicht gemacht. Das liegt daran, weil ich jetzt eine Kleinigkeit essen wollte und gleich zur Arbeit muss und heute dementsprechend lange geschlafen habe, weil es mir einfach nicht gut geht. Ja, demnach wollte ich aber jetzt noch ein kleines Video machen, euch sagen, dass es mir echt leid tut, dass ich auch nichts mehr zugesagt habe. Und ja, heute muss ich bis 22 Uhr arbeiten, deswegen wird heute nichts mehr kommen. Aber ich werde versuchen, morgen ein Livestream zu machen. Was heißt versuchen? Es wird auf jeden Fall morgen ein Livestream kommen. Und ja, ich denke mal so gegen 7 Uhr wird der Livestream kommen. Und ich werde euch dann aber noch genaue Infos geben und es tut mir wirklich leid, dass dann gestern nichts kam und dass ich mich dann auch nicht gemeldet habe. Und guck mal, da steht mal ein Durstlöcher noch. Ja, bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Und ich hoffe, euch geht es ein bisschen besser als mir. Und das war es eigentlich auch schon. Schönes Wochenende euch und bis morgen. Tschüss.